Mein Name ist Michael Hülskötte und ich bin Influencer im Bereich Cyber Security. In diesem Kontext produziere ich Blogposts, Videointerviews und Podcasts, bin aber auch als Moderator aktiv. Und als solcher sehen wir uns, denn ich bin auf der CIDAS Connect24 auf der Bühne aktiv. Bis dahin, ich freue mich.